okay ja hallo leute ich find's happy und ja wie ihr seht oh mein gawd mw3 ja und zwar funktioniert das alles nur durch meine elgato hd capture scheiße war's und bei mir ist da vorliegen part 1 ja und wir beide spielen jetzt mal call of duty von warfare 3 sozusagen meine erste aufnahme hier mit dem teil man wird uns vielleicht sie gerade so perfekt hören weil warum weil das scheiße weg liegt und ich habe mir noch nicht anders zugelegt aber dass sie die bis jetzt bloß hier naja ich denke mal wenn ich alleine spielen sollte würde es sich dann besser anhören interessiert also was striker in dem splitscreen gameplay oh mein gott ja oder sehen wie es wird also infiziert macht eigentlich immer ich bock kann mit pfeil wachs ist oben und nicht unten wenn ihr unsere stimmen auseinanderhalten könnte ich hoffe es mal wenn nicht dann blätsich nicht mehr muss ich euch nochmal erklären soll bam oh ist er explodiert ich weiß gar nicht wo ich hin soll ich bin wirklich oh mein gott warum hat man blä? ah bei mir sind glaube ich hier gleich ein typ A infizierten gemäßert wo sind denn die überhaupt da? oh mein gott oh mein gott oh mein gott ich stehe ja alleine noch so rum da wohin noch! stehst du da oben? oder? oh ja das ist einer oh mein gott oh mein gott ich wollte auch gerade killen ah die kommen ja aus der Halle oder von da hinten irgendwie äh wie viele sind denn denn 6 Leute sind infiziert? Wir haben noch keinen Kill! Wir haben noch keinen Kill! Boah da hab ich 5 oder 6 oder 7 Leute gemessen als Infizierer, das war geil! Das haben wir leider noch nicht. Na gut, ich kann ja mal gucken ob eigentlich ist es ja so, dass es dann mit aufgenommen wird. Normalerweise vorher schon. Aber mal sehen ob ich das noch rauskratzen kann, kann ich dann da hinten anhängen. Wird man vielleicht nicht stören, aber kann man sehen wie Pike wenigstens noch die paar Leute da wegkratzen hat. Wenn ich gerade nicht aufgepasst hab, weil ich dir gerade zugeguckt hab. Boah Alter, du Arsch ey, klaut mir den hier. Was? Ich bin ja gar nicht mehr. Scheiße, Alter, bin ich erstmal noch nicht gut hier. Waaas! Wolltest du das? Ich wurde gekillt mit nem Wurfmesser? So eine Sau ey. Ja, der hat mich gekillt mit dem Wurfmesser. Also, Alter, Alter, Alter! Los, Falgi! Hahaha! Komm! Alter, ich tödlich spring dich um, wo auch immer du sein wirst. Oh, hier kommen übrigens viele, da kommt der Nächste. Äh, so eine Sau, da oben lag ja immer. Ich hab' ich überhaupt nie gesehen. So, Entschwein. Erstmal Fail mit dem Messer. Haha, ich geh ab. Scheiße, ey. So. Ich kann nicht töten. Anni, bist du gar nicht du! Ja, du Spacken, ey. Scheiße, ich bin so... Ich kann's nicht zeigen, ey. Ich hab' 30 Kacks. So war ich jetzt grad' kack. Scheiße. Alter, komm, wir sollen. Vorrecke! Vorrecke! Ah, ich hab' so gestorben. Ich wollte dir mal den Kill gönnen. Ich will eigentlich, dass du den Mord kriegst. Alter, ich hab's gleich noch. Los! Ihr Schweine, lasst in Ruhe! Scheiße! Alter, ich hab' 19 Kills gehabt! Naja, immerhin erinnern von den Sven. Alter, was war das? Er kam aus Gründen, ey. Also irgendwie, ja, ähm... Scheiße, war's. Ich hab'n. Ich treffe ihn überhaupt. Alter! Hälfte die Flüge. Ja, wo ist er denn? Und da drin oder was? Da ist er doch! Oh, wie... 20 Kills! Was, wie scheiße schlecht ich jetzt war? Er hatte da eh, oh Gott. Ich hab' mit nem Wurfen das und nicht getroffen. Ich hab'n nicht mal hier. Ich bin dann nicht vorbeigelaufen. Naja, das kannst du dir mal erzählen. Also, ich fänd's gerne was reinstellen könnten. Beide 20 Kills. Naja, Mann, Alter, das wird reingestellt. Wo wollen wir jetzt zuerst setzen? Ja, YouTube. Ja, Klau ist reingestellt. Ja, Schweine, da drin. Nee, ist das jetzt jetzt. Boah, fuck, Alter. Ja. Wäre ich nur abgeschätzt, hätte ich. Ersten Gamefall. Tja, also erstmal hier Seatown. Also nicht normal Outpost hier. Gut, für dich wär's vielleicht ganz geil. Erstmal hier Hunger. Sechs Minuten haben wir jetzt schon aufgenommen. Zwei Runden sind ganz gut gleich. Ah! Erstmal Speck wieder reinstecken. Ja, es ist 15.70 Uhr. 15.17 Uhr. Ich glaub so, ja, in 15 Minuten wollen wir mal los machen oder so. Party! Ja. Board Starks Party. Von Wiggles Trials. Von Wiggles. So, und jetzt erstmal infiziert Messer versus PP90M1. Gut, ich kann auch lesen. Sitauen. Ja, ist alles an euch verbeten. Alles an euch verbeten. Wird doch noch Nils. Wird doch noch so ein Prost sehen. Ja. Also wenn ihr euch hier manchmal wundert, dass wir irgendwelchen Namen erwähnen, die ihr ja nicht kennt, dass wir an eh nie so viele gucken oder wenn's viele gucken, ja man. Wenn nicht, dann scheiß war's und dann grüßen wir die alle mal herzlich. Oder eher nicht. Wie zum Beispiel Nils. Ich hab noch ne Woche Schule da, die Ferien. Ich hab gar keine Ferien mehr. Ich muss jetzt Urlaub nehmen, wenn ich irgendwas will. Okay, jetzt ist wieder großes Worten hier angesagt. Ne... Naja, ähh액h Negoscowacken. Joah, und ich komm immer ewig, ne los, 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 los. Woh! Wo bist du? Du bist schon tot auf dem Ding! Wacke mit Juve, wacke mit Juve, wacke mit Juve, wacke mit Juve! Ah, ich bin runtergefallen! Ah! Ah! Und der hab ich runtergeschossen! War es echt, oh mein Gott! Oh Gott! Ich wollte mich jetzt... Give-mir-Fleisch! Was finde ich... ...nicht nice? Genau wahn! Scheiße! Give-mir-was zu essen! Ich hab Hunger! Jetzt soll ich... M kiin ... Kannst du mich mal in so einen Spacken gekillnen? Waaah, die sterben hier noch! Gerade gespawnt! Alter, Alter, Alter! Das sieht aus hier, ey! Die hocken alle aufeinander! Oh ja, mein Süßer! Jetzt springt er da runter! Nein! Guck mal, ich hab so ein Frischfleisch hier! Alter, die kennt mir mal mein... Yeah! Juhu! Alter, da hat ne Mac nur mit drauf! BAM! Alter, du musst auf meine Aufnahme! Hahaha, nu! Scheiße, ich faile! Aber was ich kenne? Guck mal, ich sag auch noch hier! Wie ich vor dem Blick auch noch! Oh, guck dich den Fail an! Ich bin der ganze Zeit hinterher gerannt! Yeah! Ich raste aus! Ey! Shell! Wie die Tankstelle! Nur mit einem L weniger! I got one! Endlich füngen wir jetzt! Oh, jetzt wird's ja mal interessant! Hand! Oh! Hier, Alter! Mit einem dicken Arsch legt er sich vor mich hier! Aber ich guck dir zwischen mir! Oh! Oh! Geboten ist abgewogen! Guck dich so an ey! Ich pack dir rum! Haha! Ja! Warum kann man Gegner eigentlich nur runter schützen? Das ist ja mal was Neues! Geiles! Ah! Ich kill! Scheiße! Ja! Das hab ich! Ich krieg dich! Ah! Mann ey! Warum krieg ich das nicht ey! Okay, also ich kriege jetzt schon mal ein paar Kills! Lass mich nicht rum! Oder wofür hast du den zu klein? Ah! Die wollen's! Boah! Ich hab zwei gebessert! Glaub ich! Waaat! Oh! Jetzt brauche ich langsam mal Munition! Sonst hab ich hier eigentlich völlig ausgewogen! Vier Kills für die Beste! Jetzt geht die Ball wieder! Jetzt geht Max ab hier! Ah! Boah! Lass es bei deiner Gruppe vorbei! Nein! Haha! Wie farb ich denn jetzt? 13-1! Wuhu! Ey, es läuft ja wirklich mal ja ey! Das ist das letzte! Gerade macht man eine Aufnahme! Und ja! Host Migration! Ich wollte euch gerade sagen! Ich mach mal eine Aufnahme hier! Okay! Host Migration! Und einfach nur geil! Schön abraten! Ah! Der letzte! Last one! Der haugt glaube ich irgendwo noch einen! Naja! Ja! Der ist jetzt eh tot klein! Bam! Und das brauche ich! Ich hab getroffen mit dem Brotwissen! Wie lange gehen wir jetzt schon noch? 12 Minuten! Ja! Kannst du hier über 15 Minuten reinstellen? Ja! Na klar! Ja! Ich hab doch diese hier! Ich bin jetzt auch YouTube-Partner! Bei mir ist so ein Dollarzeichen! Ja! Ich dachte das ist YouTube-Partner! Aber du kannst bloß monetarisieren! Ja! Immerhin bin ich irgendwas! Ja! Ich bin was bei YouTube! Und hast du schon monetarisiert? Ja! Ja! Aber ich glaub bis jetzt hab ich noch kein Geld oder irgendwas gekriegt! Dann kriegst du übelst wenig erst doch! Also ich kann am 14. oder 13. gucken wie viel ich jetzt schon verdient hab! Ja! Ich muss mal sehen ey! Jetzt wenn nochmal so ein Zoll kommt! Nicht! Winnie battlen! Das ist langweilig! Ja! Like! Like! Sob! Wob! Wob! Ja! Es kommt alles von alleine! Die 60 Abonnenten sind ja auch alle von alleine gekommen! Naja sind sie nicht! Naja von alleine! Ja, also erstmal durch meine geilen Videos! Genau! Ha ha! Na ja! Ich sag ja ne! Naja hab ich hab ich ja noch nicht erzählt! Falls du ja grad sagen! Ich hatte nämlich schon mal versucht ein Aus... also ich weiß nie! Auspacking zu machen von der Elgato. Jetzt ist es zu spät, ist schon ausgepackt. Jetzt sind sie ja auch schon ausgepackt. Ich habe es versucht, aber da war zu viel Versprecher und das wäre wieder scheiße gewesen. Hätte ich wieder ausgesehen, wie so Punky. 4, 3, 2, 1, yeah. Das Geile ist aber, ich habe jetzt ein Stativ. Wenn ich da die Kamera drauf stelle, kann ich das machen, dass ich meine Hände von oben sehe und alles was. Dass man das so, eigentlich ist das echt egal, also falls man mal irgendwas wieder hat, was interessant wäre, was man machen könnte. Boah, dann wäre das schon mal eine Lösung. Ach, wir haben die Tür, wir müssen richtig gucken, dass sie den Sound richtig einsetzt. Wie das dann so ist. Wie beim Zählen hier, das ist dann jetzt wesentlich so 4. Naja, ich habe aufgenommen, naja, das wird schwierig, ja, das kann man was hier nicht hin. Ja, das ist schwer jetzt nicht. Ach, das wird nie schwierig. Ich kriege das schon irgendwie hin. Oh, wie ist das hier passiert? Wieso ist er gestorben? Ich hatte mal hier fast eine Moor abgemacht. Da hatte ich die ganze Zeit hier so gehockt oder so, und dann kamen die halt immer wieder rein und dann habe ich die halt immer übelst gequillt hier. Oh! Ich habe eh gebessert. Von da hin. Ja, sterbt alle da vorne. Sterbt alle da vorne. Los, bringt sie um. Oh man, jetzt kommt hier keiner mehr. Sind die alle bei euch oben? Bis jetzt habe ich bloß eingesehen. Ich meine, Kämung schon hoch? Ich glaube gar nicht. Das ist immer blöd, man weiß immer gar nicht, von wo die so richtig kommen. Eiksss. Ja, mein nächster Assist. Oh, ich muss doch schon... Naja, 2er habe ich jetzt schon. 2er Assist! Ja, la 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 la. Schingen wir nicht. Ich bin hier. Boah, ich sehe kaum welche. Nein, von hinten, von hinten, von hinten. Füße, wunderschön. Alter, die kamen auf immer alle von hinten. Das war aber, ne? Sofja, ne? Ich könnte mal... Einer, der war tot gewesen. Mein Wurmwasser war doch voll drauf, ey. Ja, das muss schon in Zeiten überhaupt spielen. Nein! Nicht schon wieder. Oh Mann ey. Mann ey, warum verkack ich das immer nur so? Echze. Ich habe getroffen. Ich habe einfach was hintergeworfen. Alter, du bist ja eigentlich meine Zockzack. bleib- Dann kam die ist rein. Also was hinten ist er. Heute ist er und hier habe ich stehen, wie sie durchgezogen. Scheiß Jum, Scheiß Jum... Der Mensch, der Mensch, der Mensch, der... Oh Mann. Der wurde durchgetroffen, hast du ihn killt, muss ich sehen, Alter. Wenn das kein ohnlich er killt ist. Nein! Jetzt. Ich muss liege an das Kabel hin. Nein. Das geht auch noch weiter. Echt? Ja. Hier, die zumindest. Okay, jetzt. Jetzt. Okay. Haha. Scheiße. Na gut. Es ist ja nichts passiert. Okay, machen wir erstmal. Weg. Weg in der Hood. Ja, okay. Mach du mal einen Abschied. Okay, das war sehr spannend. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gebt überm Hochfavorisierte. Verfreitete. Facebook. Schickt es euren Freunden. Yo Leute. Macht's gut. Und tschau. Und bis zum nächsten Video. Vom Happy Fall.